Hey Friends, ein sehr guter Kunde, der schon drei Bilder von mir gekauft hat, hat mich mit einem neuen beauftragt und hier war ich völlig frei in meiner Umsetzung. Ich hatte erst Angst vor seiner Reaktion, da ich keine Vorgaben hatte und auch noch nicht wusste, welches Motiv ich für ihn malen würde. Grundsätzlich hat es mich aber sehr gefreut, da mir sehr viel Vertrauen entgegengebracht wurde und ich frei entscheiden konnte, was ich male. Allgemein ist es ja bei Aufträgen oft so, dass man das Gefühl hat, man würde nicht sich selbst verwirklichen, sondern eher die Vision des Kundens. Mittlerweile kann ich aber jedoch stolz sagen, dass sich die Leute meistens für meine goldenen Bilder interessieren und dass es ja wirklich meine Vision und mein eigener Stil ist, den ich da integrieren kann. Auf jeden Fall war das wieder eine sehr große Leinwand und ich habe auch wieder meine Lichtreflexe mit integriert. Den Hintergrund habe ich wieder schwarz gemacht, da ich finde, dass die Illusion am besten hervorkommt. Ihm hat es sehr, sehr gut gefallen und er hat es direkt in seinem Büro aufgehängt, macht das bloß weg für mehr.